Danke für den Kommentar, das gefällt mir, like mich an. Die neuen Vollpfosten 2015. Ja, und wo wir gerade dabei sind, verleihe ich jetzt noch einen ganz besonderen Vollpfosten. Er geht hochverdient an den kommenden Präsidenten der USA an, Donald Trump, meine Damen und Herren. Ja, ja, sozusagen der Vollpfosten fürs Lebenswerk. Haben wir extra hier oben so ein bisschen dunkler. Ja! Tschüss. Tschau. Kommentar, das gefällt mir, like mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da. Kannst mich gerne mal anleiten. Danke für die Petition. Ich bin raus hier, like mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da. Kannst mich gerne begleiten. Folgen, posten, heiden, hosten. Ich muss ins Netz, bin am verdursten. Ich muss Freunde filtern, Bild aus, Bild an. Single Hunter sind am Wildern. Ich muss Jesus liken, Nealchats ordern, Styles und neue Statements fordern. Spiel mit dem Team und streamen und schwärmen. Random Standpunkt, danke gern. Gefällt mir, dass du Proteste liest. Dass du gar nicht trinkst und doch Bukowski liest. Gefällt mir. Grüße aus der Folterkammer. Toll, du bist schwanger. Voll der Hammer. Gefällt mir. Der Typ hat sich echt voll gespritzt. Meine Timeline war gestern voll damit. Gefällt mir. Was meinst du mit Schaden? Ist doch sein Problem. Er hat's selbst hochgeladen. Danke für den Kommentar. Das gefällt mir. Like mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da. Kannst mich gerne mal anleiten. Danke für die Petition. Ich bin raus hier. Like mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da. Kannst mich gerne begleiten. Like mich am Arsch. Like mich am Arsch. Gefällt mir, wer da gestorben ist. Schon wieder einer übern Jordan. Gefällt mir, der Trump sagt einfach, was er denkt. Gut, die schlechte Nachricht ist, meistens denkt er nichts. Aber... Den neuen Pics von gestern mit deinen Schwestern lädt ein zum Lästern. Gefällt mir, dass du anderer Meinung bist. Komm schon, hab mich nur ein bisschen eingemischt. Ich hab viel geschwätzt. Die Leute aufgehetzt. Die meiste haben nur noch gestutzt. Die Clinton, die Nuss. Aber der ist jetzt Schluss. Der hab ich, die Kuttel, geputzt. Du geile Sau. Jetzt bin ich gewählt. Viele Glotze gequält. Die halbe Welt ist ganz nervös. Weil ich hab nicht nur die schönste Frisur. Ich werd auch schnell pampig und böse. Ich bin der Trump, Trump, Trump von der Hals, wer nicht mehr kennt. Ich bin jetzt Präsident und ich will nix, nix. Ich hör nur raus. Ich hör nur raus. Denn wer net klatschkrieg ist maus. Das Lüge. Und wenn du die Lüge fährst, gibst mir gleich eins. Ich geh. Gott schubst, Amerika. Gott schubst, Amerika. Gott schubst, Amerika. Warum haben die ausgerechnet dich gewählt? Warum hast du immer so viel Mist erzählt? Warum ist so wenig davon wahr? Ich weiß es nicht, mir ist nur klar. Mr. President Trump, listen to me. Wenn der ganze Welt steht, um zu schreien Sie zu machen, Sie haben wirklich etwas wirklich großartiges. Es ist total, wirklich großartig. Und, by the way, Mr. Trump, ich bin sorry, ich habe zu insulten, aber ich habe ein bisschen wie ein Historie. Hier kommt noch ein Insight von der Maniak von Deutschland. Du, Sir, hast sehr kleine Hände, sehr kleine Baby Hände, und deine Hände, und deine Hände. Es sieht sehr unpräsidentisch aus. Es ist wie ein Sack, wie Sie das in Englisch heißen. Sack mit den Balls. Nein, nein, ich denke, das ist offensiv. Es ist eher wie ein Pelikan, wie die Börse. Der Börse, der größte Börse derzeit, der Pelikan. Er hat eine orange Schnabel, auch. Er ist großartig. Manchmal will ich dich verhauren, weil ich so wütend bin. Du spinnst doch, du hast auch ein Gewalt. Du spinnst doch, du spinnst doch total. Warum hast du vergessen, wenn du deine Macht verdammt hast? Ah, warum haben so viele Leute nur noch Angst? Ah, warum hast du dich so überschätzt? Ich weiß es nicht, doch eins weiß ich jetzt. Du spinnst doch, du hast auch ein Gewalt. Du spinnst doch, du spinnst doch total. Du spinnst doch, du hast auch ein Gewalt. Du spinnst doch, du spinnst doch, du spinnst doch total. Ist ein Idiot für mich. Ja? Ja. Was denken Sie über Donald Trump? Was denken Sie über Donald Trump, denke? Ah, I love America. Und zwar würden wir gerne wissen, was haltet ihr von Donald Trump? Der Trump. Kurz gesagt, nichts. Ja. Was denkst du über Donald Trump? Uh, ich denke, dass es ein Idiot ist. Ja? Absolut. Große Idiot? Ganz uneingeschränkt, ja. Nix aus euch raus foltern. Es macht uns einfach Spaß. Es ist mir wurscht. Nicht Ja. Untertitelung des ZDF, 2020